In diesem Video wollen wir zuerst kurz etwas gemeinsam wiederholen und uns anschließend damit beschäftigen, wie wir jetzt das ganze Gelernte bisher anwenden können. Also wir wollen die Rechenregeln anwenden, um damit Terme zu vereinfachen. Kommen wir zur kurzen Wiederholung. Im letzten Video haben wir gelernt, dass wir a hoch minus n anders anschreiben können, nämlich mit 1 dividiert durch a hoch n. Wir können somit eine Potenz mit negativen Exponenten anschreiben, indem wir den Kehrwert verwenden und dann die Basis mit positiven Exponenten anschreiben. Das heißt a hoch minus n ist gleich 1 dividiert durch a hoch n. Das ist wirklich oft praktisch, das heißt versucht euch diese Rechenregeln am besten gleich zu merken. Kommen wir nun zu der Anwendung von den Rechenregeln. Dazu sehen wir uns das Fenster Rechnen mit Potenz näher an. Wir sollen jetzt eben a, b und c so umformen, dass wir dann nur noch eine Zahl hoch etwas stehen haben, mal wieder eine Zahl hoch etwas, mal eine Zahl hoch etwas. Also a hoch x mal b hoch y mal c hoch z. Am besten du probierst gleich a und versuchst es alleine zu vereinfachen. Drücke dazu auf Pause. Sehen wir es uns gemeinsam an. Um a in der folgenden Art und Weise zu vereinfachen, so wie wir das haben wollen, würde ich als erstes mal die Klammer auflösen. Bei der Klammer haben wir gelernt, können wir die Hochzahl hineinziehen. Nämlich auf a hoch 3 in Klammer hoch 4 mal b hoch 2 in Klammer hoch 4. Und dann dürfen wir die Exponenten miteinander multiplizieren. Also ergibt sich a hoch 12 mal b hoch 8 mal c hoch minus 2, dividiert durch a mal b hoch 3 mal c hoch 7. Und nun können wir die Rechenregel anwenden, dass wir eine Basis, eine Potenz, die im Zähler steht, dividiert durch eine Potenz, die im Nenner steht, deren Exponenten einfach subtrahieren dürfen. Das heißt, wenn sie dieselbe Basis haben, wie a hoch 12 und a, dürfen wir ihre Exponenten voneinander subtrahieren. Nämlich Exponent des Zählers minus Exponent des Nenners. Es ergibt sich also a hoch 12 minus 1 mal b hoch 8 minus 3 mal c hoch minus 2 minus 7. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, erhalten wir dann a hoch 11 mal b hoch 5 mal c hoch minus 9. Schauen wir uns nun die zweite Aufgabe an, also das b. Drücke dazu am besten wieder auf Pause und versuche es allein zu lösen. Sehen wir es uns wieder gemeinsam an. Da ergibt sich dann a hoch 6, weil a hoch 2 hoch 3 ist ja dann genau a hoch 2 mal 3, also a hoch 6. c hoch 3 dividiert durch b hoch 9, also b hoch 3 mal 3, das ist dann b hoch 9. Und der rechte Teil des Terms bleibt einfach mal gleich. In weiterer Folge können wir dann also selbe Basen zusammenrechnen, des Zählers und des Nenners. Da hier zwei Brüche nur durch eine Multiplikation getrennt sind und das ja den Bruch nicht verändert. Also wir können dann einen gemeinsamen Bruch daraus machen. Somit ergibt sich dann a hoch 6 minus minus 1, da wir ja dann den Exponenten des Zählers minus dem Exponenten des Nenners bei Selvasen rechnen dürfen. Und in weiterer Folge ergibt sich dann b hoch 1 minus 9, denn wenn wir keinen Exponenten haben, sondern nur das b dasteht, dann haben wir immer b hoch 1. Und c hoch 3 minus minus 2 und es folgt dann a hoch 7 mal b hoch minus 8 mal c hoch 5. Kommen wir nun zum dritten Beispiel und versuche das wieder selbstständig zu lösen, am besten zu vereinfachen und ich würde dir hier raten, besonders auf das hoch 0 zu achten. Schauen wir uns das c jetzt gemeinsam an. Betrachten wir zuerst die große Klammer hoch 0. Wir wissen ja, eine Zahl hoch 0 ist gleich 1. Daher ist auch die große Klammer einfach gleich 1. Somit erhalten wir a hoch 3 mal 1 mal und dann habe ich auch gleich die ganzen Klammern um das b vereinfacht. Also haben wir dann b hoch 2 mal 3 mal 4. Und das 1 dividiert durch c bleibt mal stehen. Nun können wir den 1er weglassen, das b ausrechnen und das was wir im vorgehenden Video gelernt haben, nämlich einen Kehrwert anders anschreiben. Nur halt in die andere Richtung jetzt. Wir haben den Kehrwert und wollen eine Potenz mit negativen Exponenten. Also 1 dividiert durch c ist c hoch minus 1. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal die gemeinsamen Lösungen an. Hier seht ihr alle Lösungen der einzelnen Aufgaben nochmal schön dargestellt. Und ich habe noch ein kleines Rätsel für euch. Nämlich, wie viele Stellen hat denn die Zahl 10 hoch 100 eigentlich? Und kannst du eine größere Zahl angeben als 10 hoch 100? Überleg dir das und drück am besten auf Pause. Also 10 hoch 100 ist eine Zahl, die 100 Nuller hat und davor ein 1er steht. Und wenn wir jetzt eine Zahl angeben wollen, die größer als diese Zahl ist, dann addieren wir zu der Zahl einfach 1 hinzu. Die Zahl ist außerdem sehr spannend, denn eine sehr bekannte Suchmaschine des Internets klingt ziemlich ähnlich wie sie. Am besten du googelst sie einmal. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir die ganzen Rechenregeln, die wir bisher kennengelernt haben, anwenden und damit Terme vereinfachen. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Bis zum nächsten Video.